Hallo Ich muss heute mal wieder was anderes spielen Und ich hab mich influencen lassen Also spielen wir jetzt heute Like a Dragon Infinity 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 Wealth So Genau Also Können wir direkt starten eigentlich Oh Okay Automatisches Speichern Dieses Werk ist rein fiktiv Die gezeigten Personengruppen und so weiter existieren nicht Oh Das sieht nice aus Okay Okay Oh krass Okay 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 Power ist Okay Time for your reward Time for your reward Okay Okay Eine Ameise Okay Zum Glück Das ist Das ist Das ist Okay Das ist 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 Ich frage mich, wann der ausrastet und seine Haare... Ich frage mich, wann der ausrastet. Ich frage mich, wann der ausrastet und seine Haare... Ich frage mich, wann der ausrastet und seine Haare... Ich frage mich, Herr Kazuke. Ich frage mich, Herr Kazuke. Ich frage mich, wenn ich mich auf die Seite schreibe, dann schreibe ich mich. Ich frage mich, dass ich mich auf die Seite schreibe. Ich frage mich, dass ich mich auf die Seite schreibe. Ich frage mich, Herr Kazuke. Ich frage mich, Herr Kazuke. Ich frage mich, Herr Kazuke. Okay, ich sollte etwas essen, bevor ich nach Hause gehe. Entweder gehe ich in ein Lokal oder es ist einfach Gudon. Ich frage mich, Herr Kazuke. Ich frage mich, Herr Kazuke. Oder Gudon? Oder Gudon? Nee. ist hinzugefügt. Ne. Untersuchen. Ein Automat. Vielleicht können wir hier etwas trinken. Peach Step. Verstärkt das Ausweichen. Peach Step. Ein Energy Drink der Ausweichen und Gewandtheit während des Kampferhöhts. Verstärkt im Kampf rübergehen das Ausweichen. Verstärkt im Kampf rübergehen die Gewandtheit. Apple Defense. Ein Energy Drink der Verteidigung und Willenskraft während des Kampfes erhöht. Verstärkt im Kampf rübergehen die Verteidigung. Verstärkt im Kampf rübergehen die Willenskraft. Okay. Und der Kiwami Getränk. Ein mysteriöses Getränk. Trinkst du es während des Kampfes, erhältst du mehr EP. Mehrere Getränke übernicht den Effekt. Ich krieg dann mehr EP und Job EP. Nein. Okay. Sprinden. Okay. Viel Spaß. Dankeschön. Das ist ein Koffer. Was macht der? Peach Step. Okay. Junge Arbeit. Heute ist Zahltag. Ich sollte also noch etwas für meine Mutter kaufen. Bevor ich nach Hause gehe. Jetzt, da ich einen Job habe, möchte ich ihr helfen, wo ich kann. Der ist aber nett. Viel Spaß. Dankeschön. Hier lang geht es nicht so was. Okay. Okay. Oh, hier ist noch ein Koffer. Eisenteller. Nicht sehr nützlich, aber könnte im Fandhaus ein kleines Sümmchen einbringen. Okay. Also gibt es anscheinend ein Pfandhaus. Ersteckungsbombe. Kann bei einer Gruppe von Gegnern verstummend verursacht und ihre Gewandheit senken. Okay. Keiner schmeckt jetzt so wie dir. Hallo Kazugasan. Oder heißt es Kugasan? Oh, hier geht es leider nicht lang. Oh Gott. Sieht der schlimm aus. Ein Hello Worker. Aufgabe. Ich soll zum Restaurant. Skills. Ichiban Kazuga. Geballte Faust. Gegenstände. Tonfisch. Onigiri. Premium Verbandskasten. Generationswiederbeleb ausstehen. Oh. Meisterurlaub. Ausrüstung. Bloße Hände. Gibt es noch schon was? Nee. Und es gibt kein Accessoires. Gruppe. Bearbeiten. Okay. Werte. Jobs. Smartphone. Oh. Okay. Spezial Outfit Set. Okay. Ah. Ganz viele Peach Steps. Was war denn das jetzt? Karten. Oh. Hello Work. Gindako Highball Travern. Smartphone. Hab ich... Hä? Was sind diese Geräusche? Head-ons holen. Oh. Oh Gott. Gibt es viel. Rand Salbe. Rand Salbe. Uh. Oh. Oh. Hey. Also bis jetzt ist das Spiel noch sehr ernst? Das ist das Spiel. Ich hab keinen Druck, der sich nicht mit dabei zu fragen. Ich habe keine Angst, dass ich mir das Gefühl habe, und ich würde es so sagen. Ich habe es nicht so ein bisschen vertraut. Ich habe es nicht so einen Sinn. Ich habe keine Angst, dass ich mich für mich nicht so gut wiederholfen. Ich habe es nur eine Frage, was ich? Ich habe es auch eine Frage, was ich? Ich habe es nur eine Frage. Ich habe es nicht nur eine Frage, was ich? Und, und, und. Schaut jetzt in den Kampf. Shinya Saki. Okay, im Kampf wählst du über das Befehlsmenü in der unteren liegenden Bildschirmecke deine Aktion aus. Wähle Angriff, um einen Grundangriff auszuführen. Nun probiere es aus. Ja, da wollen wir doch mal gucken. In unserem ersten Kampf. Oh. Ist das kacke. Wähle schnell Angriff auf, bevor dein Gegner am Boden wieder aussteht, um ihnen schweren Schaden zuzufügen. Oh. Krasse Skills. Wähle Skills, um eine mächtige Fähigkeit entgegen MP-Mentalpunkte einzusetzen. Deine aktuellen MP werden durch die grüne Leistung rechts angezeigt. Regenariere MP, indem du folgende Angriffe nutzt und über mehr entsprechende Gegenstände benutzt. Beim Einsatz von Skills werden Aktionsaufrundungen eingeblendet, die denn von dir verursachten Schaden erhöht, wenn du zum richtigen Zeitpunkt X oder Y drückst. Okay. Die perfekte Verteidigung drückt gleichzeitig mit gegnerischen Angriff B, um eine perfekte Deckung auszuführen. Und dadurch den erlittenen Schaden und die Chance zu senken, einen Status-Effekt zu erhalten. Du kannst eine perfekte Deckung ausführen, solange du am Zug bist. Versuch, die perfekte Deckung so oft wie möglich zu benutzen, auch wenn sie ein bisschen Übung bedarf. Okay. Das wäre erstmal alles. Die rote Leiste unten rechts auf dem Bildschirm zeigt deine Gesundheit in Form von Treffpunkten an. Wenn die TP des Anführers auf Null fallen, heißt es Game Over. Aber du kannst dich mit Gegenstände heilen. Damit endet unser Kampftutorial. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Yay. Sasaki besiegt. Unser erster Kampf mit erfolgreich abgeschlossen. Und ich kriege einen Lachs-Origani und steige sogar eine Stufe auf. Oh. Sure. Oh, Stufnach. Okay, Sachen erhöhen sich. Okay, weiter. Okay. Ist das ein wenig ekelhaft? Okay. 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 Bis jetzt sieht das ja schon richtig gut aus. Das kann nur schief gehen. Bis jetzt. Okay. Super richtig schick. Ja. Hoffentlich taucht Sasaki heute wirklich auf. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Auf ins Büro. Oh, aber zuerst muss ich meine Aufwartung machen. Okay. Ich lege sofort los, Boss, junger Herr. Nicht zu fassen, dass sie schon seit drei Jahren tot sind. Ich glaube, da kam das letzte Spiel raus. Toyo und Johoma haben sich gleichzeitig aufgelöst. Das wird als große Auflösung bezeichnet. Krass, dass sie aus dem Höhepunkt einfach aufgehört haben. In letzter Zeit bin ich sehr damit beschäftigt, was noch alles vor mir liegt. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, wie es dazu gekommen ist. Erinnern. Erinnern. Ja, ich habe noch etwas Zeit vor der Arbeit. Ich habe zwei Väter. Der erste hat mich großgezogen. Yeru Kazuga. Und der andere ist mein Yakuza-Vater und Ex-Boss Masumi Araka-Wa. Der Boss war ein großes Vorbild für mich. Er war immer mein Fels in der Brandung. Ich möchte mich gerne auf meine bescheidene Art bei ihm erkenntlich zeigen. Deshalb habe ich diesen Job übernommen. Der letzte von uns, das Boss war, dass alles, die durch die große Auflösung plötzlich auf der Straße standen, einen neuen Platz finden. So weit ich es allerdings... Was? So weit ist es allerdings noch nicht ganz. Aber keine Sorge, ich kriege das schon noch hin. Halt die Augen offen, Boss. Und der junge Herr, Masato Araka-Wa. Er war der Sohn vom Boss und für mich so eine Art... Aus meiner Sicht waren wir tatsächlich wie Brüder. Der junge Herr hat alle möglichen schmutzigen Tricks abgezogen, um in der Welt voranzukommen. Aber er ist gescheitert. Und irgendwann wollte er dann alle... Er dann... Allem ein Ende machen. Kaum zu glauben, dass ich ihm das ausgeredet habe. Er war zu einem Neuanfang bereit, um weiterleben zu können. Aber sogar da hat ihm jemand ein Bein gestellt. Der Dreckskerl, der das war, dieser Kuma, hat versucht zu fliehen. Aber sie haben ihn erwischt. Er kam... Er kam auch für alle seine anderen Verbrechen in den Knast. Er hat zwar nicht lebenslänglich bekommen, aber sobald kommt er nicht wieder raus. Kuma war das selbst geschaffene Monster des jungen Herren. Die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, dass er bekam, was er verdiente. Ich persönlich sehe das eher nicht so. Ich frage mich immer noch, was wohl passiert wäre, wenn er überlebt hätte, wenn er die Chance bekommen hätte. Okay. Mist. Ich sollte mich vor der Arbeit nicht mit solch deprimierenden Dingen beschäftigen. Okay, gleich muss ich los. Heute erwartet mich im Büro das volle Programm. Okay, was ist das? Ah, heilen. Und hier. Hallo. Hä? Was sind diese Geräusche? Reizgasbombe. Oh, Koffer. Reizgasbombe. Kann bei einer Gruppe von Gegnern Raserei versuchen und ihren Angriff senken. Okay, was ist das? Love Magic. Love Magic. Ein Laden für Erotikartikel. Okay. Eine Steba, in dem man einen prägernden Highball-Whiskey und ein scharfes Taiyaki Takoyokai genießen kann. Okay. Eine Filiale einer großen Apothek-Kette großzügig, um nicht zu sagen, imposante Räumlichkeiten und ein vielfältiges Angebot. Schickende Soul. Nach Meinung der Einheimischen das beste Hühnchen weit und breit. Die günstigste, eiweißreiche Gerichte sind besonders bei Schülern beliebt. Okay, sehr viel. Oh, was ist das? Sasaki Arcade. Ein kleines Game Center aus der Nachbarschaft. Bietet beeindruckende Anzahl von für den Retro-Freund. Okay. Open Road Shogi. Hier spielen die Einheimischen ungezwungenen Shogi. Auch die Obdachlosen von Ichinjo sind hier willkommen. Okay. Regeneration. Gegenstandskiste. Geldautomat. Food and General Store. Ein unverzichtbarer Laden für die koreanische Gemeinschaft der Gegend. Denn er importiert Waren aus Korea, die sonst nirgendwo zu bekommen sind. Survivebar. Eine belebte Bar mit Konzertflügeln und eine Karaoke-Bühne. Die Kazuga und sein Kameraden als Unterschlüpft. Okay. Hustle-Boutique. Wer auf der Suche nach einem günstigen neuen Outfit ist, der wird vielleicht in diesen Secondhand-Laden im Bahnviertel fündig. Okay. Gott, ist das groß. Okay. Love Magic. Ah. Eisenfragment. Material zum Herstellen von Waffen. Nice. Poseidon Power. Ein Energy Drink, der Angriff und Magie während des Kampfes erhöht. Riesenwurst. Willkommen. Riesenwurst. Okay. Oh mein Gott. Was für komische Sachen. Okay. 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 Was gibst denn hier noch? Oh. Oh. Apple Defense hatten wir schon. Drei-Wasser. Müll-Container-Pendonarung. Die... Oh Gott. Okay Kräuter Kochzutaten bei Ruhe für Selti Aua Was war das denn? Hat sich jemand verletzt? Ich sollte nachsehen Ist das die hier? Was war das? Was war das Hama-Ko? Was war das? Oh, das war das erste Mal! Es ist sehr久, es war es Ich habe mich nicht gesehen, dass es ein grosses Geist ist Ich habe mich verletzt Ich habe mich nicht verletzt, aber ich habe mich nicht verletzt Ja, zuhören. Dann gehen wir in die Arbeit. Du bist nicht in der Herzen, so wie sie dich auch im Moment bleiben müssen. Ich bin okay. ARB ist ja im Job. Ich bin normal, ja. Ich bin alles klar. Ich bin der importantstehende. Ich bin wirklich klar. Wer ist es ist, ich dachte, wer ist es? Ich kann sich nicht trug. Ich fühle mich gar nicht. Du bist, dass du wirst in die Arbeit gegangen bist. Ah, Persönlichkeit. Kazugas Persönlichkeit zeichnet sich durch die Eigenschaften aus Leidenschaft, Selbstvertrauen, Charisma, Güte, Intelligenz und Stil. Verbesserst du Kazugas Persönlichkeit, erhält er dafür eine ganze Reihe an Boni, wie zum Beispiel einen erhöhten Widerstand gegen verschiedene Skills und Statuseffekte oder Zugang zu neuen Einrichtungen. Eine Persönlichkeitschance bietet dir Möglichkeiten Kazugas Charakter zu verbessern. Anhand deiner Auswahl werden verschiedene Werte erhöht. Zudem gibt es einige Charakterherausforderungen, durch die du deine Charakterzüge erhöhen kannst, wenn du sie abschließt. Sieh dir diese Herausforderung im Pausemenü an. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal. Persönlichkeit. Gesprächig. Okay, sprich als Kazuga in der Stadt mit 30 Leuten. Imbissfreund. Geh als Kazuga dreimal essen. Fahre als Kazuga zehnmal Taxi. Erlege zehn Kilometer zu Fuß. Tausend Dollar ausgeben. Schieße Fotos. Okay. Öffne als... Okay. Okay. Also einen ganzen Haufen... Kräuter. Elektrofragment. Material zur Herstellung von Waffen. Okay. Okay, dann gehen wir erst mal arbeiten. Hallo. Hey, Kimura-san. Hey, Kazuga. Brauchst du nochmal Hilfe mit dem PC? Oh nein, ich wollte nur Hallo sagen. Danke, dass du mir das letzte Mal alles gezeigt hast. Ich bin solche Dinge nicht der Hellste. Aha. Als ich dir gesagt habe, du sollst den Computer herunterfahren, hast du ihn dann in den Aufzug mitnehmen. Oh Gott. Peinlich, oder? Unsinn. Du hast seitdem echt viel gelernt. Du holst dir problemlos die Info vom Server und du tippst auch schon viel schneller. Ich war richtig beeindruckt, dass man sich so... Dass man sich in so kurzer Zeit so verbessern kann. Du bist wirklich fleißig, Kazuga-kun. Kimura-san. Vielen Dank. Wirklich. Das tut... Ich werde weiter lernen und mein Bestes geben. Natürlich. Ich zähle auf dich, Kazuga-kun. Okay. Hallo. Hallo. Imai... Imai-san. Oh, Kazuga-kun. Gut gelaunt wie eh und je. Dank dir ist Hello Work lebendiger als je zuvor. Ich habe einfach Spaß, aber abgesehen davon habe ich schon viele Fehler gemacht. Und muss noch sehr viel lernen. Da fällt mir ein, das habe ich dir zu verdanken. Ich habe gehört, dass du mir im Hintergrund geholfen hast und alles. Ist doch klar, dass ich einem eifrigen Einsteiger helfe. Ich freue mich darauf zu sehen, was aus dir wird. Gut. Ich werde weiter lernen und mein Bestes geben. Hallo. Hallo, Kozu... Kozugi-san. Hey, Kazuga-kun. Na, kennst du dich schon mit allem. Aus. Ja, danke. Dank deiner Hilfe. Du unterstützt mich, wo du nur kannst, Kozugi-kun. Ach, du willst mir doch nur... Was? Du willst mir doch auch ständig. Du bist so fleißig. Du hast die Lücken wirklich geschlossen. Die kann... ...I-san und die anderen hinterlassen haben. Stimmt. Die wurden alle befördert und sind dann abgehauen. Irgendwie traurig. Aber... ...dann müssen wir uns einfach noch mehr ins Zeug legen. Genau. Wir tun, was wir können und sorgen dafür, dass Hello Work weiter floriert. Danke für alles, Kazuga-kun. Deine Energie und Ehrlichkeit sind wirklich Gold wert. Vielen Dank. Ich weiß wirklich zu schön, was ihr getan habt. Okay. Betreten. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. 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 Okay, cool. Was kommt jetzt? Ladendiebstahl? Okay. Was geht mit dem? Was geht mit dem? Okay. Warum klauen die denn? Was geht mit dem? Okay. Was macht der denn dir? Okay. 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 Was ist denn das? Okay. 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 Sow!? So分 das w구 insofern yeah. Impeci Perfect. Wubuck! Was ist der Ogen? No. Dies gut wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein bisschen losseitig. Die Ergebnisse sind der Vorteil. Ja. Die Analyse der Analyse der Analyse wird die Analyse des Geschäftsführers gelegt. Die Analyse der Analyse der Analyse wird erst fertig. Aber in Wahrheit wird es noch ein weiteres Geschäftsführer geben. Was ist das? Das heißt, dass es ein Kon-Sat. Okay. Okay, Kasuga. How was it, Adachi? Our Sasaki? It's like a pro-me-sen. You'll be able to do it again. Is that it? Is that it? Of course. Thank you. It's a good one. But, please, please. Hey, hey. I don't do that in the world of the敵. I don't do anything like that in the world. Excuse me. I'm just going to have to do it. Haha. I'm going to have to take a little bit of it. What is that? Oh, I've seen it in the old house. Okay. Is it a system of security? You can only do it, right? You can only do it, right? Okay. 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 Oh. Okay, To the bed. Okay. you can't say it. This is my own fault. Oh. 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 Ich bin ein paar von den anderen Gokgiteln... Ich werde meinen Gehirn schlafen, und in meinem Gehirn zu erreichen. Das ist mein Leben. Ich kann mich nur noch ein paar tun. Ich bin nur ein paar zu machen. Ich bin nur ein bisschen zu machen. Ich hab mich einfach zu machen. Das ist wirklich so... Es ist wirklich... Du bist ein Mensch... Dann, ich gehe jetzt. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Okay, dann... Du bist jetzt gekommen, oder? Ich habe noch einen Job, aber... Du hast einen Job gemacht, oder? Du hast einen Job gemacht, oder? Ja! Ich habe noch einen Job gemacht... Ich habe einen Job gemacht, oder? Was? Das ist die große Verkaufs-Geräusche. Es gibt 3,000,000 Menschen in der Welt. Die Leute, die sich nicht in die Arbeit verletzten, die sich nicht in die Arbeit verletzten. Sie können sich das, dass sie nicht nur die Gesellschaft zurückkehren. Nichts? Kannst du das? Okay? Okay. 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 Schreibt mir da jemand... Oh! Das ist... That's... Their... Denk dran, wir treffen uns heute im Survive, komm nicht zu spät! Mist, ich wär... Ich war so mit Suzuki beschäftigt, ich hätte fast vergessen. Danke, Nada, Aber schnell auf ins Survive! Kräuter, auf und survive. Oha, aufhören bitte. Was? Was hast du gesagt? Red lauter, wenn man dich hören soll. Hm, was guckst du denn so? Ha, siehst du, niemand interessiert sich einen Scheiß für dich. Ach, so weit würde ich nicht gehen. Was? Hä? Wer zur Hölle bist du denn? Lass ihn in Ruhe. Und warum sollten wir auf dich hören? Weil ich euch pisse auf den Mond schieße, wenn ihr es nicht tut. Boah, jetzt habe ich aber Angst. Da brauchen wir jemanden ein paar auf die Fresse. Hehe, mit Vergnügen. Straßengangster. Wenn du einen Befehlen auswählst, kannst du dich mit LS, linken Stick, in dem Ring unter deinen Füßen bewegen. Es kann einen gewaltigen Unterschied ausmachen, wie du dich einem Gegner gegenüber positionierst, vor allem bei Grundangriffe. Probiere mal aus, was passiert, wenn du zu dem Fahrrad gehst. Okay, mit Gegenständen angreifen. Wenn du dich einem Gegenstand näherst, den du einsetzen kannst, erscheint ein Dreieckssymbol. Wähle Angriff, um den Gegenstand aufzuheben und als Waffe einzusetzen. Der Effekt und der Schaden variieren je nach Gegenstand. Aber eins haben alle gemeinsam. Sie tun weh. Experimentiere also. Okay, wir können jetzt diesen Cone hier nehmen und damit den Gegner angreifen. Oh, nice. Perfekt block. Oh Gott. Aus der Nähe. Wähle Angriffe und bewege dich auf den Gegner zu, bis sie Zielanzeige ändert und der Nähebonus angezeigt wird. Wenn du aus der Nähe angreifst, verursachst du etwas mehr Schaden. Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, zählt manchmal jeder noch so kleine Vorteile. Oh Gott. Jao. Einfach mit dem Fahrrad draufgezimmert. Oh. Elegante Bewegung. Ein Angriff kann einen Gegner manchmal nach hinten werfen. Wenn er dabei mit einer Wand einem Objekt oder einem seinem Kameraden kollidiert, erleidet er größeren Schaden. Skill mit Zurückstoßen-Eigenschaften haben denselben Effekt. Das war wohl... Okay. Eieieiei. Isobe wurde gesiegt. Nice. Und einen Salat-Sanfish bekommen. Arrk. Scheiße. Scheiße, Mann. Tut uns leid. Vergebt uns. Bei mir solltest du dich nicht entschuldigen. Leid unter Mann. Tut mir wirklich leid. Arrk. Ja, tut mir leid. Und was sagst du? Ach. Lass sie einfach gehen. Halten wir die Bullen da raus. Tja, ihr habt wohl Glück gehabt. Tja, ihr habt wohl Glück gehabt, aber das kommt nicht wieder vor. Äh, ja. Verstanden. Oh. Oh. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, alles in Ordnung. Danke jedenfalls. Ist schon lange her, das ist schon lange her, dass jemand nett zu mir war. Hey, kein Problem. Die haben einfach mich einfach fühlend gemacht. Ich hab die noch nie hier gesehen. Bist du neu hier? Ja, gerade erst angekommen. Okay. Weißt du, wo die Zuka... Zuru-Karma-Bridge ist? Versuch. Dein Glück mal da ist besser, als allein zu sein. Darauf wär ich nie gekommen. Ich geh direkt mal hin. Vielen, vielen Dank. Scheiße, ich bin schnell dran. Ich muss schnell ins Survive. So, Gegner in der Stadt haben ein Symbol über dem Kopf. Das ist ihre Stärkeanzeige. Wenn du ihnen zu nah kommst, kommt es zu einem Kampf. Achte auf die Stärkeanzeige. Äh, mit Hörnern. Rot und Hörnern gefährlich. Pink und Hörnern stark. Rot und kleine Hörnern fair. Blau schwach. Okay. Ah, du kannst mit dem Taxi... Okay. So, auf der anderen Straßenseite sind Gegner. Erstklassige Kräuter. Kochzutat. Bei Rumverzehr wieder her. Okay, 5 MB. So, ich muss da drüben hin und ich kann vielleicht Ischibin Praline. Was ist das denn? Ah! Ischibin Sambay-Sambay-Salz. Frittierte Ischibin Sambay. Dann fangen wir hier um. Der Harburg-Light. Okay. Schlichte Armbanduhr. Eine stilvolle, aber unauffällige Armbanduhr. Im Pfandhaus könnte man dafür bestimmt etwas bekommen. Okay. Weiter, 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 Seemannsreise. Okay. Also, ich will jetzt erstmal zu einem Restaurant und was futtern. Wir könnten natürlich mit dem Taxi fahren, aber... Ich... Kräuter. Peach Step. Okay. Äh... Reden. Was, du willst einen Party-Shogi spielen? Shogi, ein Spiel kann nicht schaden. Es gibt drei Möglichkeiten, Shogi zu spielen. Rangliste. Es wird nach Grundregeln gespielt. Die Schwierigkeit stark nach jedem besiegten Gegner. Wenn du alle Gegner des Kujo-Rangs besiegt hast, kannst du gegen den Dahn-Rangs spielen. Herausforderung. Wird auf einem speziellen Brett gespielt. Puzzle. Spiele auf einem speziellen Brett. Gegen Gegner besiegt... Schogi-Punkte, ein Tor... Oh mein Gott. Die Kunst des Helden. Hauli. Ranglisten. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie... Shogi funktioniert. Ich fange an. Okay. Okay. Bauern. Okay, mit nach vorne. Ritter. Pönig. Gold-General. Silber-General. Läufer-Turm. Läufer-Turm. Ach, das ist ein Gegnerischer. Ach, das ist ein Gegnerischer. Okay. Oh. ungefähr. dery. Böke. 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 Schauspiel. Okay, ich habe keine Ahnung, wie Shogi funktioniert. Okay. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie Shogi funktioniert. Okay. Okay, das ist diese Yakuri-Brücke. Von der er eben gerade gesprochen hatte. Bronzer-Teller. Papier-Teller. Kräuter. Kräuter. Ich muss mal eben ein Foto machen. Auf der Arbeit haben wir nämlich so einen Rollenpark. Den muss ich meinem Kollegen schenken. Das muss man doch mal festhalten. Hier alles. So. Schrott. Oh, was ist das denn? Okay. 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 Arschloch greift an. Arschloch greift an. Okay. 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 Kräuter. 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 Kräuter-Hexperte. both-Experte Yay. Job-Rang erhöht. Werden hier haben sich erhöht. TP um eins. Okay. Schwitzkastenwurf. Okay. So, ist hier noch irgendwo ein Restaurant? Ich würde nämlich... Ah, Koffer. Peach Step. Okay, den haben wir ja schon ganz oft jetzt mittlerweile. Okay. Ah. Da will ich in Harbolite. Na, warum kämpfen wir gegen die verdächtige Männer? Äh. Weißende Kumpf. Oh, das ging ja schnell. Oh, wir haben sogar Geld bekommen. Stufenausstieg. Okay. Hier selbst sind wir mal aufgestiegen. Hallo? Ah. Lava-Fragment. Kräuter. Ich möchte gerne reden. Oh, willkommen. Wenn du im Restaurant bestellst, regenerierst du TP und MP und vertiefst deine Bindung zu deiner aktiven Gruppe. Wenn du bestimmte Gerichte zusammen bestellst, bildet sich eine Kombimenü, das dir vorübergehend positive Effekte im Kopf gewährt. Kombiniere also nach Herzens- und Magenslust. In manchen Restaurants entsteht sogar ein gutes Tischgespräch, wenn du ein Kombimenü bestellst, was deine Bindung noch weiter vertieft. Es kann nie schaden, Freunde einzuladen. Okay. Die Effekte eines Kombimenüs variieren je nach Restaurant. Es können bis zu drei Effekte gleichzeitig aktiv und pro Kampf wird ein Effekt verbraucht. Wenn du Essen bestellst, siehst du in der unteren Bildschirmecke die Infos zu den Kombimenüs. Kombimenüs, die ein Tischgespräch auslösen, sind mit Sprechblasen versehen. Okay, da ich jetzt aber nicht keinen Kameraden dabei habe, nehmen wir Pasta-Stang. Bestellung bestätigt. Ja. Zeit zum reinhauen. Hm. Ausweichen. Danke, auf bald. Okay. So. Wir sind voll gegessen. Vorne kommen Gegner. Laufen. Ach, wir müssen hier vorne eh abdrehen. War Rodrigues. So. So. Okay. Wie ist das? Die店? Ich bin ehrlich gesagt, es ist schlecht. Ich denke, dass ich etwas zu tun habe. Das stimmt. Aber ich denke, das ist wie ein NONOMIA, das ist. Das ist das店. Ich bin sicher, dass ich einen Kabakara für Jokohama-1-Kabakara. Ich bin sicher, wenn du dich nicht mehr Geld hast. Das ist gut, Kabakara. Das war's für heute. Das ist echt cool nach dem alten Spiel. So good news. 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 Ja, die tun nur so. Na komm. Und sie ist schon vergeben. Oh, da nicht. Oh. Oh, okay. What the... Oh, okay. Oh, cool. Oh, cool. Oh Gott, ist das unangenehm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt wird er gefeuert, weil er im Video aufgenommen worden ist oder so. Oh Gott. 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 Das war's für mich. Ja, das ist wichtig. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Nein, das ist nicht anders. Hm? Die Frau, die sich für eine kleine Zeit aufzunehmen, ist eine besondere Zeit. Das ist eine besondere Zeit. Das ist eine besondere Zeit. Ich verstehe. Na, ich verstehe. Das ist eine besondere Zeit. Ich verstehe. Sie sind nicht alle, oder? Ich verstehe. Sie wissen, was ich nicht? Ich verstehe. Ich verstehe, Sie wissen, dass ich nicht. Ich verstehe. Wenn ich das gleiche, dann warum ich diesen Jahr nicht so bin? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Du bist nicht so großartig. Das war's für heute. Ich bin hier in der Strecke gekommen, aber was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung, Kassga. Wir werden jetzt schon starten. Oh? Oh? Das ist die beste Däute, Lessen 1. Die Zeitung. Die Zeitung? Ja. Ja, ich weiß nicht, dass du wie du Sattchen wirst? Ach so, das ist ja normalerweise wunderschön, nicht wahr? Ach so, du wunderschön. Du wunderschön. Du wunderschön. Du wunderschön. Du wunderschön. Du wunderschön wunderschön. Ja, das stimmt. Aber dann, wie geht's das? Ja, das ist alles. Ja, genau. Du wunderschön. Du wunderschön. Ich bin auch hier in der Bühne. Soll ich dir, dass du so gut bist? Was? Du wirst wirst? Du hast gesagt. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Du bist so gut. 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 Das ist so cool. Was ist das, was ich? Erstens, ich bin 30 Minuten vor dem Platz. Das ist das, wenn ich mich schlauze. Ich will nur nur einen schönen Tag, aber ich will nur einen schönen Tag, nur einen schönen Tag. Ich glaube, dass ich so einen schönen Tag, dass ich so einen schönen Tag gesehen habe. Heute ist es so schön. Ich glaube, es ist so schön. Ich glaube, es ist so schön. Oh, oh, ich glaube, dass ich mir das Gefühl habe. Was ist das? Dann kannst du mit welchen Anwältern auswählen? Okay, ich glaube, ich glaube, das ist ein Anwältern. Das ist ein Anwältern. Ich habe mich über die Analyse von Adachi gesagt, um zu warten und warten. Was? Warum? Ich denke, wenn ich mich auf eine andere Seite habe, wenn ich mich auf der Beinche bin, dann bin ich auf der Arbeit. Ich denke, ich denke, dass ich mich nicht auf ein Datei bin. Ich glaube, das ist nicht so, was ich. Ich glaube, das ist sicher. Das stimmt, Kasuga. Ich habe mich entschieden, und ich habe mich gewohnt. Das ist mein Mann. Na, na, ich habe mich gewohnt. Ich habe mich nicht so, dass ich mich so, dass ich mich so. Es ist einfach, ich warte. Aber ich habe mich nicht so, dass ich mich so, dass ich mich so. Gut. Oh, ich wollte das. Ich weiß gar nicht, was ich. Ich weiß gar nicht, was ich. Was ich gar nicht, was ich? Oh! Ich dachte, wenn ich ein Datei oder ein Franchi oder ein Datei habe, was ich nicht? Ah. Was ist das? Die Däute ist ein ordentliches Restaurant. Ich bin der erste, dass du dich in die Hand zu verabschieden hast. Ja, du hast eine gewisse Zeit, dass du so ein einzigartig sein kannst. Kasuka, du hast einen wirklichen Platz. Du hast einen wirklichen Platz? Du hast einen wirklichen Platz? Curry-Laden? Curry-Laden? Das店 wird 100 Karrer-Karren geben. Es wird ca. 120.000 Euro für Tabasco. 500.000 Euro? Ja, das ist ein Karrer-Karren-Karren-Karren-Karren-Karren-Karren. Okay. Ich habe einen Schattel-Karren. Wenn man einen schöner Schalren-Karren auslängt, bin ich an einen Jungs. Schauивал, dass er sich das Schall bemühen, ob ich gehörte. Es war eine andere Scheine. Das Kass ist, dass ich einen Schall umzusetzen und mich vorerst zu sehen was. Das ist das Besser und man Could admittelt. Das war es der ganze Zeit. Das ist ein Moment. So, so? Verrückt! Warum sprechen Sie mit dem Bewerb? Wenn ich nicht zu essen, dann wäre es schlecht. Das ist sicher. Ich habe schon gesagt, dasselbe. Es ist nicht so, dasselbe. Wenn du nicht aufhören kannst, dann gehst du bei dir. Ich bin so, dass ich mich nicht so gut bin. Aber ich sage das, dass ich immer noch nicht so viel zu gehen. Wenn ich mich nicht so gerne, dann würde ich mich nicht so gerne. Was? Ich gehe mit einem Daten? Ich habe dich nicht so gehalten. Ich bin so wichtig, dass es mich und dich sehr interessiert. Das ist das, was ich. Das ist das erste Mal. Ich bin sicher, dass ich Italien oder Fränchen bin. Es ist nicht so, dass ich so. Ich weiß nicht. 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 Okay, ich glaube, ich nehme die Dornen. Ich glaube, ich nehme die Dornen. Die Dornen, oder? Hey, was ist das? Das ist die Dornen mit Dornen. Was ist das? Ich glaube, ich denke, ich habe mich sehr, sehr gut gemacht. Was ist das? Was ist das? Was ist das, was du? Das ist das, Sattchen. Was ist das, was der Dornen? 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 Nein, wenn ich das, wenn ich mit dem Gespräch und... Ich glaube, es ist das, was ich nicht so gut. Das ist das, was ich. Das ist das, was ich. Ich glaube, das ist das, was der Dornen. Das ist das, was ich nicht so nett! Okay, was machen wir jetzt am Ende? Okay. Das ist das, was ich empfehle, das ist das. Das ist das, was ich empfehle. 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 Das ist, was ich empfehle. Das ist, was ich empfehle. Oh Gott. Ich werde mich nicht mehr so verhindern. Ah, was ich gesagt habe, ist das so. Ich habe mich sehr schön gesehen. Ich bin nicht mehr so. 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 Entschuldigung! Dann, ich wähle... Temp4-6 Okay, mal gucken, ob wir die Leute stolz machen. Ich glaube eher weniger dran. Wenn das sehr gut läuft, dann nur wegen ihrer Hilfe. Nadabha Adachi-san, danke. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Adachi, Nanaba und Saeko wurden zum Kantefunk. Kannst du ihnen ansehen, wie das passiert? Okay. Teller kannst du beim Pfandleiher verkaufen. Kann ich hier noch andere Sachen kaufen? Hi. Willkommen. Oh, ich kann eine Strickmütze. Sparpike. Das Rüstung. Dashi. Ah, Accessoire und Kopf. So. Kaufe ich eine Strickmütze. Yeah. Okay. Okay. Mineralwasser. Müllbentow. Oh. Kräuter. Kognitiver Verstärker Medizin. Die Betäubung teilt und 50 TP wiederherstellt. Nett. Nett. Oh Gott. Hilfe. So. Oh Gott. Wie der ausguckt. Äh, ausschaut. So. Ich würde mal eben eine fixe Pause machen und dann sehen wir uns gleich wieder und laufen dann nach Hause. Also. So. Bis gleich. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Direkt in die Action rein starten hier. Okay. Hier drüben wollte ich noch gucken. Hier hat Teil 1 angefangen so richtig. Können wir eigentlich hier lang laufen? Okay, ja, kann ich verstehen. Anstirigender Verband Medizindividuen, okay. Regenbogenbrotten zur Herstellung von Waffen, okay. Oh Gott, so. Oh, verdächtige Männer. Beide Musik auf einstreichen. So muss das. Hallo? Hallo? Eisenverband. Okay, zum Verbessern. Hier müssen wir lang. Poseidon-Power. Nur noch einer? Ja. Hä? Ich dachte, dass wir mehrere gewesen wären. Okay. Sonst sind sie so weit weg. So weit weg. So weit weg. Oh, ich bin zu weit gelaufen. Oh, ich bin zu weit gelaufen. Da vorne ist meine Tür. Ah, dass wir nach oben gehen. Jaum. So. Habe ich schon irgendwas, was ich hier ablegen kann? Wovon ich mehrere habe. Okay. Okay. Morgen ist viel zu tun. Ich hau mich aufs Ohr. Okay. Morgen ist viel zu tun. Wovon ich mich auf die foods, wenn es nicht so ist ich. Not wirklich. Ich habe mich auf die Eiszeit. So Naja. Wo ist das für lustig? Also dass ich heute noch koffel mache. Musik Und ich sage das für mich, dass Ihr alle sehen. Also ist das für mich. Oh nein. Was es das für mich? Ansonienza nicht, wenn du in der Mitte. Okay, super. I don't know. Was ist das? Also, Du sagst, du hörst schon mal so wie v- sondern crawl dich zu sein. Ich weiß auch, dass du dich vorstest. Ich bin auch so ganz gefährlich. Was? Wie? Ja, wie ist es? Ja, wenn ich mich über die Zukunft denke, dann gibt es auch ein Risiko. Aber ... ... warum in einem Hotel ... Oh? Hotel? Was ist das? Hä? Nein? Es ist ein Thema, was ich. T-Tab-Ko? Das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Was ist das? Natürlich. Ich weiß nicht, was ich. Los geht's. Ich bin ein Thema. 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 Okay ... Ist das alles verwirrt? Äh ... Hm ... Ich denke, ich denke, ich würde sagen, ich würde sagen. Ha ha ha, das ist nicht so nett. Dann haben wir auch noch einen neuen Tag, und wir werden alle wiederholfen. Vielleicht ist es, wenn ich mit mir dateihe, würde ich mit Nunchan und Adachi sein? Was? Ich denke, wenn Nunchan und Adachi sprechen, Okay, Junnai Station. Ja, let's go. Okay. Oh, sorry. I can't wait to see it. This is the perfect counter. Are you with the hinoi? Oh, oh... Have you ever seen anything, the one? No, it's a place that is for Adachi. It's a place that is more like a place for you. Those two people have probably not come. Ich habe das Gefühl, dass ich hier eine gute Verkaufung habe. Ich habe nur gesagt, dass ich hier eine gute Verkaufung habe. Oh? Das ist Treader. Was nehmen wir? So. Oh, cool. Oh, cool. 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 Oh, das ist so schlimm. Es ist ein Problem. Nein, ich glaube, dass es so schlimm ist. Ich bin nicht so dumm, was ich selbst so schön bin. Ich bin auch nicht so dumm, was ich kassiert. Ich bin so dumm, was ich nicht so dumm. Ich bin so dumm, dass ich meine Willen-Massung. Ich bin so dumm, was ich immer wieder. Ich bin so dumm, was ich mich, richtig gut für mich. Was ist das denn, was ich? Einmal? Haha, ein Unterstützung? Was ist das, was das? Ich würde sagen, dass du es nicht so gut ist. Du bist so gut. Du bist so gut. Du bist so gut, dass du dich so gut bist. Du bist so gut. 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 Was ist das? Was ist das? Du bist so gut? Du bist so gut. So, du bist so gut. Das ist so gut. Du bist so gut. Okay, du bist so gut. Du bist so gut. Du kannst mich nicht mehr auf dem Weg? Ah, ich habe ein Verwalt. Aber... Du bist so gut. Okay. Okay. Wirklich, du bist gut. Ich bin sehr gut für meine Lieblingssinn. Ich habe den Weg in die Hälfte auf dem Weg. W-W-W-W-W-W-W-W-W! W-W-W-W-W-W-W-W! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! W-W-W-W-W-W-W. Okay. Die Positionierung deiner Verbündeten öffnet für strategische Zeugstoßketten, mit denen sie nachsetzen können, nachdem ein Gegner in ihre Richtung gestoßen wurde und Angriffe von der Gegner gegen abgelehnte Gegner. Oh. Aktiviere den Autokampf mit LT, damit dein Team selbstständig kämpft. Drücke LT erneut und dein Team wieder mal hinzu. Okay. Halte LT und nach oben oder unten gedrückt, um das verändern. Okay. Okay, nice. Oh, gosh. Alright. Nice. 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 Each one. We're out. Das war's für heute! Oh Gott, das war so schlecht. Aber dann wird er auch nicht so gut sein. Dankeschön. Es war eine gute Arbeit. Es hat mich überrascht. Das stimmt. Hehehe, das ist alles gut. Aber ich habe mich sehr entschuldigt. Ich habe mich nicht geholfen. Aber ich habe mich nicht geholfen. Entschuldigung, aber ich kann mich noch ein bisschen warten. Ich habe mich geholfen. Ja, ich habe mich geholfen. Okay. Okay. Okay, wir gehen gleich wieder! Oh, Triggy Game Bar. Auf geht's. Das war's für heute. Ich dachte, wie es das passiert ist, aber es war sehr schön. Danke schön, 1. So, das stimmt. Das war gut. 1? Jibbon? Das ist das! Ich bin ein Yakuza, aber ich habe auch noch einen Gelegenheit. Ich habe immer noch einen Gelegenheit. Was ist das? Ich habe nicht versucht, dass ich nicht viel zu lernen habe. Ich habe immer gesagt, dass ich immer nur ein Gelegenheit habe. Aber ich habe auch immer noch einen Gelegenheit gemacht. Ich habe immer noch einen Gelegenheit gemacht. Jetzt wird die Lebensgeschichte erklärt. Sattin wird die Lebensgeschichte verabschiedet. Deswegen... Deswegen, Sattin... Ich... Ich gehe mit ihr! Das ging ja sehr schnell. Ich bin der größte Mann. Ich will die Zeit, dass ich Satchan's mal vorgelegt habe. Satchan, ich bin sehr gut, aber ich kann mich nicht sehen. Ich bin sehr gut, aber ich bin ein Schwerger. Ich bin ein Schwerger und ich bin ein Schwerger, und ich bin ein Schwerger. Ich bin ein Schwerger. Aber wenn ich eineinhalb Jahre bin, dann muss ich das nicht tun. Ich habe auch noch eine gute Arbeit. Wenn ich zu meiner Frau etwas beantworte, dann werde ich auch wieder mit dem Schweren. Wenn ich mich auch mit mir verkaufeln will, dann kann ich sich zahe mit dem Haus ausführen. Das ist natürlich nicht so, dass ich mich nicht verletzen. Ich habe mich nicht verletzelt, sondern ich habe mich nicht verletzelt. Mal sehen, was das wird. Und? Vielen Dank, Einig. Heute war es lustig. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Sacha! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Ja, das wäre überhaupt nicht so. Aber wenn du jetzt wiederstiegst, dann geht es um morgen. Dann müssen wir wiederstiegst, ja? Einig, wir gehen uns alle an. Ein bisschen übersinn, wie du es ging. Okay, was passiert jetzt? Ja, das frag dich mich auch. Ja, das frag mich mich auch. Ja, ich glaube, ich glaube, dass Satschan sich nicht so fühlt. Nein, ich glaube, dass Satschan sich nicht so fühlt. Aber ich glaube, dass ich heute wieder zurückkehren kann. Ich glaube, dass ich das nicht so fühlt. Das ist auch ein grosses Wettbewerb. Ich glaube, das ist eine große Wettbewerb. Ja, das ist alles fertig. Das Spiel ist vorbei. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht gesagt habe. Wollt ihr nicht sagen, was das nicht gesagt? Ich weiß nicht, was ich weiß. Ich habe es nicht gehört, was ich mich nicht gehört. Ich habe es nicht gehört, was ich? Hm? Ja. Ja, das ist das, dass ich das erste Mal ausgesprochen hatte, aber in der Zwischenzeit habe ich sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das ist das, was ich. Ich glaube, dass ich so lange nicht so lange verabschiedet habe. Ja, ich weiß nicht, dass ich alles nicht verstehe. Das ist ein Gehirn-Achimodo. Das ist das Gehirn-Achimodo. Okay. Ehm... 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 まず最初に 自分がヤクザ上がりで貧乏してるとか 頭悪いとか あるけど 今は真面目に仕事してて 酒も煙もギャンブルもそんなにしねーって 確か そんな感じのことを言った うーん まあまあまあ 別にそこに引っかかることがねー 気がするな んで、次は? 次は そんな取り柄のない自分だけど さっちゃんのことは俺が幸せにしてみせる だから 結婚してくださいって うーん なんだよ うーん 早速来たな あのなー一番 さっちゃんみたいにバリバリ働いて 自分の人生貫いてる子が 誰かに幸せにしてやるなんて言われて 嬉しいと思うか ああ まあ おめえにそんな意図がねーことくらいはわかるが プロポーズでそれっちゃ 致命傷だな うっ 原因はもう分かった感じするけど それから何か言ったのか その次は ああ さっちゃんが女なのに仕事とか 家族の世話とかすげーしっかりしてて えらいなって おめえおい 今どき女なのにはまずいぜ えっ そ、そうなのか 女だからとか 女なのにとか 女に限らず性別で決めつけるような言い方に ムカつくやつは最近特に多いだろ そうだったのか あっちゃん 踏んだ地雷は一つじゃなかったか こりゃ嫌な予感がしてきたぞ 俺もだよ で、そのあとは あとは 親父さんとか妹さんのことも気になってるだろうから 俺が稼ぐから さっちゃんは家庭に入ってくれてもいいって バカ野郎 楽させてやりてってことなんだろうけどよ さっちゃんが金だけのためにキャバやってるわけねえだろ そ、そんなことくらい俺だってわかってるよ でもそう誤解されてもしょうがねえ言い方になっちまってるって話 いくらテンパってたからって もうちょっと言葉選べなかったのか ねえ ああ くそ 昨日に戻って全部やり直して まあ出せる海は出しきっとくとするか その後は何か言ったのか それから もしさっちゃんが家庭に入っても 俺も家のことも手伝うって言って えええ そんで 将来がきができたら 三人でおやつさんの墓参りに行こうって えええ うーん それで打ち止めか 他に余計なこと言ってねえか ああ これで終わり なはずだと思う ははははははは 最後にたたみかけてきやがったな うーん 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 うそ誰だろう 俺の言ったことは 何から何までまずかったのか ああ うーん 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 �좋 うーん 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 ああ ンナウ うーん うーん ああ が ああ ておう Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, dass ich nichts tun kann. Gott, Gott, Gott. Ja, das ist ja so. Ich bin ehrlich gesagt. Danke, Leute. Ernsthaft. Kein Ding. Wo? Wenn du dich mal hier entscheiden willst, dann lieber bald. Ja, okay. Ich mache es sofort. Aber mein Magen ist immer noch ganz verkrampft. Wundert mich nicht. Alles okay? Sollen wir mitkommen? Nein, das kann ich nicht von euch verlangen. Sicher? Naja, dann viel Glück. Aber ich auch. Bis später. Gut, gut, gut. Danke. Okay, ich muss mich entschuldigen. Ob Saschan arbeitet, ich schau mal in der Bar vorbei. Okay. Gucken wir gleich mal. Ich will mir nämlich nur noch irgendwas zu essen bestellen. Beziehungsweise bis wann kann ich denn bestellen? Und wo? Ah, ja. Ne, passt. Kann ich mal später bestellen. Okay. Also. Wir sind hier und sollen hier zur Bar. Oh Gott. Hallo. 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 Oh Gott. Hat er dem einfach einen Blöden Schild drüber gedöselt. Hahaha. Okay. Levelaufstieg. Sauber. damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Kältungsmittel 713 und wohin soll es denn gehen. Ah, okay. Okay, die brauche ich nicht hier freischein. Ich dachte schon, ich muss jetzt jedes einzelne Taxi noch ansprechen, damit ich dann da hinfahren kann. Okay, pass auf. Wo? Oh. Vorne sind noch zwei Gangster. Hello. Hey. Frischgebackener Selbstständiger. Okay. Mal gucken wir mal in Sarkis Bar. Okay. Ja. Wow. Ich bin der Fall, wenn ich das nicht so erzähle, wie ich Pfeife ist, wenn ich das nicht so glaube. Ich will das nicht so sagen. Du bist das nicht so sagen. Jetzt habe ich das noch mit Adachi gesprochen. Ich habe es alles gut ausgeführt. Das war's für heute. Es ist ja, was ich in der Zeit haben, wenn ich so etwas genauer sein kann. Und dann gehen wir in der Hohenzolle, und machen wir uns zu helfen. Ich habe keine Lust, aber ich habe keine Lust, dass ich das für Hohenzolle habe. Ich habe mich auf das Hohenzolle gemacht, weil ich auch nicht so vieles gemacht habe. Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich nicht geholfen. Sann-Chan! Was? Hast du dich so ausgedrückt? Du bist ein Verrückter, oder? Ich habe mich so ausgedrückt. Aber... Ich habe das Gefühl, dass ich so oft nicht so ausfüllen. Aber ich habe es nicht so ausfüllen. Ich habe mich seit Jahren mit einem Sekhara-Küse-Omauchen gehalten. Aber warum... Ich habe mich ein bisschen verändert. Ich habe das Gefühl, dass ich ein paar Mal wieder aufgewachsen bin. Ich habe das Gefühl, dass ich ein paar Mal wieder aufgewachsen bin. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem anderen Teil der Welt bin. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das mit den Männern bin. Das ist ein bisschen anders. Oh... Das war wohl nix. Oh, ein Jahr später, 2023. Und wir leben immer noch in dieser Bruchbude. Und wir leben immer noch in dieser Bruchbude. Und wir leben immer noch in dieser Bruchbude. Oh, was kommt jetzt? Ist Saschan gestorben? Oh. Okay. 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 Es ist nicht so, dass ich es nicht so gut bin. Oh, das ist okay. Ich habe auch nicht genug, dass ich es nicht so gut bin. Das ist eine sehr spezielle Aufgabe. Das ist nicht so schlecht. Wenn ich es nicht so, dass ich es nicht so gut bin, dann kann ich es nicht so gut arbeiten. Das ist doch jetzt dieser IT-Guy, oder nicht? Okay, und nun? Okay, dann verabschieden wir uns mal. Ah, das Signal kommt jedes Mal, wenn auf der Karte ein Missionsziel auftaucht. Für die ganze Hilfe bedanken, ich weiß nicht, ob dir viel Stress wird. Ich hab doch gerne viel Glück für den... Ach so, bestimmt erfolgreich. Hey, danke. Okay, ich geh dann mal. Danke nochmal. Kimura-san. Oh, hey, ich hab gehört, dass heute dein letzter Tag ist. Ja, ich will... Wie mal miteinander komme ich, oder? Ach, das war doch nicht der Regel. Wirklich, tut mir leid, aber ich muss bis Ende noch etwas drehen, was da liegt. Pass auf dich, du bist da. Krass. Ich stöte die Meistern, ja? Was kommt denn los? Ja, aber heute ist mein letzter Tag. Ich... Dank auch. Viel Glück, du machst das. Danke, pass auf dich auf. Okay. Na, können wir jetzt gehen. Das wäre das erledigt. Birgit. Du bist da. Bauch. Ja, das ist nicht schuldig. Du bist da. Einmal nicht schuldig. Ich bin hier. Die Tür direkt. Du bist da. Dann bist du denn. Da sind wir in den Angriff. Du bist. Wie ist das hier zu Beginn. Jennifer. Du bist PELE? Dann bist du da. Beste sind. Da sind wir gerundetig. Okay, jetzt ist die zu selbstständig geändert, okay. Ich muss ja einen Weg finden, um Arrager weiterzuführen, okay. Schatzsuche, drücke X bei einer schon in der Nähe von Sucht, wie du kostest mit dem Milchcontainer und um nach Geld und Gegenständen meint, du kannst dich vielleicht sogar verkaufen. Okay, dann probieren wir das mal gleich aus. Das ist Saschan eigentlich noch in der Gruppe. Was ist das so? Okay. Oh. Oh. 100 Yen. Oh. 100 Yen. In bar, natürlich. Unbar wäre ein bisschen fragwürdig. So. 100 Yen. Oh. Oh. Okay, was gehtin' jetzt ab. Okay, was gehtin' jetzt ab. Oh. Oh. Oh Gott. Okay. Yeah. Okay. Okay. Oh, yeah. Oh, yeah. No problem. Oh, yeah. Ich weiß nicht, was ich信. Oh, ich weiß nicht. Hahahaha Oh? Oh, that's why this guy was also a former Gokudo. What? Sasaki? I've been there forever. Kasuga-1 is something that's called Gokudo to the former Gokudo. And then, the former Gokudo is headed to Hello!Work and decided to come to the place where he went. The shop is at the restaurant. Oh, Kass... Oh, Kass... 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 Oh... Oh, Kass... 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 Okay... Ein, zwei, zwei, zwei... Oh, Kass... Oh, Gott... Das war's für heute. Nice. Okay. So, haben wir den ausgeschaltet. Digitaler Betrüger auch noch. So, noch zwei ausgeschaltet. Alle ausgeschaltet. Sauber. Keine Erfahrung bekommen? Warte doch. Level ab, beide Ränge. Okay, super. Oh. 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 Vielen Dank. Ok, was kommt jetzt? Es ist das freudig. 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 Aber Freunde, bis jetzt ist das sehr Story-lastig, das Spiel. Macht aber auch wiederum Spaß, besonders die Kämpfe. Die sind ein bisschen technischer geworden, aber bis dato kann ich nicht meckern. Es macht sehr viel Laune und man kann bis jetzt zwar noch nicht viel machen, aber es fängt an, langsam Erinnerungen vom alten Spiel oder von dem Vorgänger her vorzurufen und das ist echt nett. Also macht sehr viel Laune. Ja, aber wie gesagt, ich würde jetzt Feierabend machen und dann morgen wieder ab 18 Uhr streamen. Und deswegen wünsche ich euch einen angenehmen Abend noch, eine gute Nacht und dann bis morgen. Tschöriö und auf Wiedersehen.